Wir sind 120 Architekten-Ingenieure in den Standorten Bochum und Karlsruhe. Uns gibt es bereits seit 1977. Wir sind ein Unternehmen, das Architekten, Ingenieure und Sachverständige bündelt. Und unser Anspruch ist, integrale Planung zu machen. Mit Konica Minolta sind wir in einer Partnerschaft bezüglich der Anwendungsprogramme seit circa zwei Jahren erfolgreich in der Zusammenarbeit. Wir suchen ein Tool, was uns in den durch unser Qualitätsmanagement vorgegebenen Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozessen unterstützt. Diese aber so wenig wie möglich modifizieren. Auf der Suche nach diversen Tools, Suchtools oder auch DMS-Systemen ist uns aufgefallen, dass die meisten eben diese Anforderungen ja nicht erfüllen können. Erstens, da unsere Firma sehr, sehr viele verschiedene Dateiformate verarbeitet. Und zweitens, weil diese eben zu stark in unsere Arbeitsabläufe, die bereits integriert sind, eingreifen. Durch die Zusammenarbeit mit Konica Minolta stießen wir auf Doconi Find. Und es ermöglicht uns eine komplexe und schnelle Suche, da alle Dateien indiziert sind. Die Implementierung des Systems war geprägt von guter Organisation, schnellen Reaktionszeiten und wirklich gutem Know-how. Der Techniker, der die Systemintegration mit uns vorgenommen hatte, war sehr kompetent, schnell und zuverlässig. Der Projektzeitraum belief sich auf circa drei bis sechs Wochen. Wir benötigten circa zwei Wochen für die Grundlagenermittlung. Nach vier Wochen Testbetrieb ging das System bei uns live und wurde direkt akzeptiert. Unsere Kollegen ersparen sich eine Menge Zeit durch Verwendung von Doconi Find, weil sie eben nicht durch diverse Programme switchen müssen, um dort zu suchen, sondern können direkt in Doconi Find programmübergreifend suchen, um ein adäquates Ergebnis zu finden, welches dann auch noch besser aufbereitet ist. Wir als Konica Minolta setzen mit der Lösung Doconi Find bei dem Thema der zunehmenden Digitalisierung von Unternehmen, Stichwort Big Data an, und wollen dem Kunden hier einfach Lösungen aufzeigen, wie er diese steigende Informationsflut bewältigen kann, weil unserer Meinung nach jede gute, vernünftige Entscheidung auf fundierten Informationen, die schnell verfügbar sind, basiert. Doconi Find ist eine serverbasierte Enterprise Search-Lösung von Konica Minolta. Erfahrungsgemäß sollte der Kunde 20 bis 30 Minuten im Monat, die er sonst mit dem Suchen nach Informationen verbringt, einsparen. Nach Feedback aus bisherigen Kundenprojekten liegt die Zeitersparnis aber deutlich höher. Und was vor allen Dingen auch viel wichtiger ist für die Kunden, mit denen wir bis jetzt diese Projekte umgesetzt haben, ist einfach, dass die Mitarbeiter zufriedenheit steigt und die Personen einfach viel mehr Zeit haben für ihre eigentliche Kernkompetenz.